Per PowerShell auf Umgebungsvariablen zugreifen. Das geht ganz einfach, denn die Umgebungsvariablen sind einfach als spezielle Variablen in der PowerShell verfügbar. Und so geht's. Ihr gebt einfach $ENV ein und dann einen Doppelpunkt und dann den Namen der Umgebungsvariable, von der ihr den Wert auslesen wollt. Zum Beispiel Username. Aber die Umgebungsvariablen stehen auch als PS Drive, also als PowerShell Laufwerk zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt auch durch die Umgebungsvariablen durchnavigieren wie durch ein Dateisystem. Ihr könnt zum Beispiel per GetChildItem alle Umgebungsvariablen auflisten mit den dazugehörigen Werten. Beide Varianten funktionieren übrigens plattformübergreifend, also auch zum Beispiel unter Linux. Wenn ihr euch mit Umgebungsvariablen unter Windows schon mal ein bisschen auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr es wahrscheinlich schon. Ich wiederhole es aber trotzdem nochmal kurz. Also es gibt drei Bereiche, beziehungsweise Scopes werden die auf Englisch genannt. Erstmal den Machine Scope, auch manchmal System Scope genannt. Dann den User Scope und noch den Prozess Scope. Diese drei Scopes stellen eine Hierarchie dar und dementsprechend werden die gesetzten Werte heruntergeerbt. Es sei denn, sie werden in einer niedrigeren Ebene überschrieben. Also zum Beispiel ist bei mir systemweit die Variable temp auf c Windows temp gesetzt. Aber im User Scope wird die Variable nochmal überschrieben durch einen Ordnerpfad, der sich in meinem Benutzerprofil befindet. Zusätzlich kann eine Umgebungsvariable aber auch noch auf Prozessebene überschrieben werden. In der PowerShell kann ich dafür einfach die INV-Schreibweise verwenden und dann hänge ich wieder meinen Namen ran, also temp. Und dann kann ich wie sonst auch bei allen möglichen anderen Variablen einen anderen Wert zuweisen. Für diesen PowerShell-Prozess ist der Wert dann anders und dann auch wirklich nur für diesen Prozess. Und außerdem, das sollte man wissen, werden untergeordnete Prozesse bzw. Prozesse, die dann von diesem Prozess hier gestartet werden, dann auch mit den geänderten Umgebungsvariablen gestartet. Ich starte zum Beispiel jetzt hier mit StartProcess einfach nochmal eine neue PowerShell-Sitzung in einem neuen Fenster und schaue dort in meine Umgebungsvariable rein und sehe, da ist jetzt tatsächlich auch dieser geänderte Wert gesetzt. Wenn wir jetzt aber eine Umgebungsvariable nicht nur für den aktuellen Prozess-Scope, sondern für den User-Scope oder für den Machine-Scope setzen wollen, dann geht es leider nicht ganz so einfach wie eine normale Variablenzuweisung. Zum Setzen von User-Scope bzw. System-Scope-Umgebungsvariablen können wir aber eine .NET-Methode verwenden. Und zwar verwenden wir die SetEnvironment-Variable-Methode aus der Klasse System.Environment. Diese Methode hat drei Parameter, nämlich einmal den Namen, den Wert und dann den Scope. Mögliche Werte für den Scope-Parameter sind dann Machine, User oder Process. Wobei es sowieso auch für den aktuellen Prozess wäre, wenn wir den dritten Parameter einfach weglassen. Also das braucht man eigentlich nicht. Wenn ihr eine systemweite Änderung, also von einer Variable im Machine-Scope machen wollt, dann braucht ihr Admin-Rechte für die aktuelle PowerShell-Session, sonst schlägt der Vorgang fehl. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr eine Änderung für eine dieser beiden höheren Ebenen macht, dann wird das nicht automatisch runtergeerbt auf den aktuellen PowerShell-Prozess, der ja schon läuft. Denn die Umgebungsvariablen werden beim Start des Prozesses geladen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel die Variable Hallo im User-Scope setzen würde, dann kommt dieser Wert trotzdem noch nicht sofort im Prozess-Scope an. Also wenn ich versuche, sie mit $inv-Hallo abzurufen, dann kriege ich keine Rückgabe. Und falls ihr eine Umgebungsvariable löschen wollt, dann könnt ihr sie einfach auf einen leeren Wert setzen. Also das geht sowohl mit der $inv-Methode als auch mit der .NET-Methode. Das war alles, was ich euch zu Umgebungsvariablen in der PowerShell zeigen wollte. Wenn ihr es nützlich oder interessant fandet, dann markiert das Video bitte mit einem Like. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Es gibt auch noch mehr PowerShell-Videos auf meinem Kanal. Schaut euch da mal um, wenn ihr Interesse habt. Danke fürs Reinschauen, haut rein!